spaß, gespräch, stoff, so viel spaß ist das auch nicht ja ja zieh mich hinein in die identifikation mit mir selbst als wichtig tue ich ein teil der unendlichkeit leide unter der freude unendlich zu sein ich komme nicht her ich gehe nicht weg und was her kommt und was weg geht ist die illusion und wer die illusion als illusion erkennt ist selbst schon illusion bist du der sohn von deinem vater bist du das herz in dem theater dein vater und der vater von deinem vater und der vater vom vaters vater und der vater und der vater und der vater war ihre eine amöbe ein einzeller und vor dem einzeller ein nichts und deine mutter war das was war das was war die mutter vor der mutter vor der mutter vor der mutter vor der mutter war sie eine amöbe oder eine seele eine purpur rot schimmernde seele mit perlmut glänzenden sternen auf ihren spiralförmigen gedärmen die mutter der mutter trank schon aus wasen aus der ur vase ganz wesentlich alter deine mutter alte alte deine mutter ist ne alte mutter und die mutter der mutter die älteste mutter aller muttern die urmutter hatte sie schon eine uhr oder ist sie so uralt dass sie keine mutter mehr braucht hat sie sich selbst befruchtet oder war der urvater auch da hatte er eine uhr oder gab es ihnen vor der zeit schon schon vor der urzeit die uhr und die urzeit wer könnte den raum der vorstellung und gedanken verlassen sind wir nicht alle so schöne süße vorstellung oder manchmal auch schreckliche horridable schreckgespenster die hechelnd nach ihrer existenz sich sehnen in einer welt in der sie untergehen werden und keiner wird sich an sie erinnern darum müssen sie geisterhaft ständig an sich selbst glauben ja ich bin so wichtig ich mach dies ich mach das oh nein so ist es nicht das war ja wohl eine kleine lüge vom lügner der das lügennetz spinnt aus unendlichen lügen auch genannt maya mit dem maya kalender der jetzt endet doch die lügen werden sie auch aufhören wirst du aufhören dich selbst zu belügen und still schweigend die wahrheit sein die du bist wer bist du wer bin ich wer will das wissen hat es überhaupt eine bedeutung irgendetwas zu wissen und was du weißt ist für dich wohl wichtig für einen moment doch in tiefster not und leiden dann hilft es dir vielleicht auch nicht doch dann ist das leiden schon wieder vorbei und du bleibst verweilst im raum ohne gegenstände wo selbst der raum nicht mehr definiert werden kann denn es gibt keine grenzen die sagen so der raum ist nun hier drinnen kannst du dich besinnen entsinnen und schon vor den sinnen kannst du dich nicht finden kannst nur sinnhafte sachen finden die sich sinnlich in dir sinnhaft scheinbar anfühlen wie fühlt es sich an mal so mal so oder so und so mal groß mal klein mal arg mal fein mal und mal nicht jetzt heute fühlt es sich nicht an und dann und die und du und da ist es schon zu spät reden wir immer über die Vergangenheit immer nur über etwas was schon war die gegenwart können wir nicht greifen und die zukunft ist da auch schon vorbei oder nicht wer weiß es ist es alles flüssig fließt es dahin strömende unendlichkeit die doch nicht vom platz gelangt denn sie ist unendlich in sich selbst ha ha unausgedehnt unausgedehnte unendlichkeit das gibt es nicht alles was es gibt wird es nicht mehr geben und alles was es nicht mehr gibt kann transformativ in einer anderen form erscheinen sodala halalalalalala Adalala-alaagadalaagalagalagaha